Grüß dich, ich bin wieder in der Berne und zwar, ich muss euch viel was cooles erzählen. Und am Freitag war mein bester Freund von Deutschland da. Das war mein ehemaliger Buschauffeur. Der hat mich früher hinter euch geführt und mit dem bin ich heute in Kontakt und der hat mich wieder mal besucht. Und das hat mich viel gefreut und da bin ich ganz stolz drauf. Und am Samstag war ich wieder auf dem Baustuhl. Und dann auch wieder nach dem Berg. Ich kann auch ein Video aufstellen auf meinem Baustuhl. Und dann bin ich am Samstag klein in die Wohnung gefahren, weil ich wollte mich am Wochenende in der Wohnung ein verbringen. Und am Freitag fahre ich ins Kabarett. Das gefällt mir auch schon viel. Und was das ist, am kommenden Wochenende schreibt es uns bitte in die Kommentare. oder wenn sie mich fragen haben, dann können sie mir auch schreien. Ich bitte euch, Herr Bernhard.